hi schön dass du da bist ich freue mich total denn heute ist ein ganz besonderer tag wie du siehst also nikolaus ist vorbei und ich danke dir erstmal dass du hier mitgemacht hast natürlich dass du das video geteilt hast abonniert hast also diesen kanal dass du natürlich auch kommentiert hast und jetzt wollen wir mal schauen ob du die gewinnerin bist für ja für diese überraschung surprise also schließe deine augen und schwinge dich in der energie der kristallschale hinein und wenn du wissen wir es wie viele daran teilgenommen haben dann ganz viele und ich habe jeden einzelnen namen hier aufgeschrieben und ich ziehe eine gewinnerin denn einer kann nur gewinnen einer kann nur gewinnen so jetzt konzentriere dich und die gewinnerin bekommt von mir geschenkt eine 15 minütige whatsapp legung was ich auch zu nikolaus special angeboten drin hatte natürlich könnt wenn du das nicht gewonnen hast hast doch die möglichkeit das noch zu buchen wenn du das heute noch buchsam also am 7 12 dann kannst du das auch zum späteren zeitpunkt auch einlösen also ich werde auch nicht alle schaffen heute sondern jetzt wenn du das heute buchst und bezahlst natürlich dann nimmst du auch daran dann zu diesem preis teil so eine habe ich gezogen und der gewinner oder die gewinnerin ist s punkt hs ich hoffe das sieht ihr s punkt h punkt s punkt h punkt genau s punkt h punkt ist der gewinner oder die gewinnerin so konzentriere dich wir machen eine legung ja heute machen wir eine besondere legung zwillingsflammen legung es geht darum dass die zwillingsflammen sich natürlich über die augen erkennen und ich habe hier noch ein themen video natürlich auch heute schon gemacht und auf meinen kanal hochgeladen da erfährst du ganz viel wertvolle tipps wie du etwas verändern kannst wenn er sich zurückzieht natürlich dieses video habe ich auf meinen reka spirit kanal für die seelenpartner hochgeladen denn das betrifft nicht nur die zwillingsflammen sondern alle art seelenverbindungen miteinander oder alle art beziehungen miteinander allgemein also zwischen mann und frau oder zwischen ja partnerschaft also wenn das noch am anfang ist schau einfach vorbei und schau dir dieses video an so und jetzt konzentriere dich was sollst doch wirklich hier wissen was sollst doch hier wirklich wissen so in diese zwillingsflammen verbindung ich freue mich und bin euch total dankbar ich habe jetzt schon 700 follower also wie cool ist das danke euch wie ihr seht also es geht darum also nach hause zu kommen dein zwillingsflammen möchte nach hause kommen und deswegen hatte ja natürlich auch ja diese starke anziehungskraft zu dir du bist hier also so ja du bist hier absolut sein ja seine zweite hälfte wollen wir mal so sagen also du spiegelst sich in seinen augen auch wenn er jetzt denkt das könnte auch hop oder top gehen risiko sein vielleicht könntest du dem auch zurückweisen vielleicht denkt ihr das aber diese seelische nähe diese seelische verbindung ist extrem stark da und schau mal es geht auch darum er fühlt sich auch dann wirklich also zu dir wahnsinnig hingezogen und er kann machen und tun was er will also er hat diese starke extrem starke anziehungskraft und also es geht hier auch um maske wenn eine maske trägt also habe hoffnung der wird die maske ganz schnell fallen lassen denn er kommt hier mit große leidenschaft auf dich zu also wirklich mit große große leidenschaft und es geht auch stück weit darum wie du siehst dass er hier diese erkenntnis hat und wenn er diese erkenntnis bekommt dann muss er natürlich auch hier einiges muss er auch einiges hier also lösen ja weil muss er auch einiges in heilung bringen und es geht auch stück weit darum das macht ihn nervös er weiß das bereits schon also die erkenntnisse sind immer der erste schritt und über diese verbindung und es geht auch darum wie du siehst die sonne scheint hier also es geht in der wunscherfüllung und davon hat er noch so ein bisschen bisschen angst ja also wunscherfüllung was heißt wenn du sagst ja warum hat er denn vor einer wunscherfüllung angst ja so kannst du das gar nicht sehen dass er gerade von sondern das ist so ein ja so ein mulmiges gefühl so ein aufgeregt sein wollen wir jetzt mal so sehen wow schau mal wie der dies sieht der sieht der sieht hier total dichvolle sexy bild total volle positivität und das macht ihn komplett verlegen es macht ihn unsicher unglaublich jetzt legen wir die karten aus und wir schauen jetzt wirklich an wie er zu dir steht ja wie er zu dir steht und ja bin ich mal gespannt ja schau mal er denkt schon an risiko ja es könnte hier schon wäre doch nicht so gut laufen wie er sich das erhofft hatte ja viermal die neu so ich hoffe du siehst alles wunderbar und und dass du dich auch hier in diese legung erkennst also die gewinnerin oder der gewinner bitte ich euch dass ihr natürlich auch natürlich wie auch schreibt oder dass dass du mir schreibst und einfach auch dein handynummer da lässt ja dass ich dir so eine whatsapp beratung machen kann ja 15 minuten wenn du magst kannst du auch ein paar sachen paar fragen schon mal zu schicken und das ist völlig kostenlos und kommt in diese woche für dich ja viermal die neun viermal die neun haben wir hier 36 ja oh schau mal hier ich hoffe das siehst du also wunderbar so das müsste doch jetzt so wirklich super klappen ja denn er hat hier also auf jeden fall eine starke anziehungskraft in deine richtung also das ist doch schon mal super ja denn also zwillingsflammen erkennen sich wirklich an die augen ja wenn ihr wenn ihr so eine magischen augen kontakt hat also an den augen erkennt man sich ja und schau mal er schaut in diese leidenschaft und er schaut auch in diese schnelligkeit und und also seine männliche kraft oder mut ist auch gefördert gefordert auch wenn er jetzt denkt das könnte hier also auf jeden fall es könnte hier ein risiko sein gegebenenfalls ja also da ist diese seelische verbindung so extrem stark da ja über die augen ist das sehr stark da unbewusst was ich sehe hier unbewusst ist hier auf jeden fall trägt er noch eine maske hoffnung hat er noch nicht aufgegeben dass er das ganze heilen kann natürlich kann ein heilungsweg dann auch halt schmerzhaft sein denn man muss sich auch natürlich auch mit noch bestehenden themen auch sich auseinandersetzen aber ich sehe hier schon deine zwillingsflammen schon das ist schon großen schritt auch schon gemacht hat der hat schon große entwicklung hinter sich also ist jetzt nicht am anfang oder so also ihr seid ja nicht zwillingsflammen umsonst sondern also das geht mit euch natürlich auch schon wesentlich weiter also du dich erlebe ich hier so ein bisschen niedergeschlagen oder so ein bisschen dass du vielleicht die geduld schon verloren hast dass du sagst ja vielleicht habe ich schon so lange gewartet und hoch ich habe so lange gewartet und so viele verletzungen und das ist schon so lange her also ich will glücklich sein und das ist das dauert alles so lange desto weit entfernt und ich will jetzt hier ihn wirklich real treffen ich will diese diese liebe auch wirklich leben und was ich jetzt hier generell sehe ich sehe hier also auf jeden fall du willst auch hier eine lösung für die situation finden und möchtest du von herz zu herz also auf jeden fall dass da auch eine kommunikation oder eine verbindung da ist generell das wünschst du dir und also auf jeden fall wünschst du dir auch dass jetzt hier schon seit längerem dass diese aufbruchstimmung diese neuanfang einfach da ist du schaust du schaust auch nach hause dein ganzes wo sich wohlfühlen mit dieser heimlichkeit tut dir nicht gut du hast das gefühl das tut dir wirklich nicht gut unbewusst hast du das gefühl unbewusst hast du das gefühl dass du hier positiv denken sollst und dass auf jeden fall diese negativen gedankenspiralen loslassen sollst dass deine wunscherfüllung glauben sollst das hast du hier bereits schon erkannt auch wenn dich das ganze nervös macht du weißt auch dass du mit dem schlauen plan hier weiter kommst also lass deine weiblichkeit weiter erstrahlen und was ich jetzt hier wirklich sehe also lass das dass es in der tiefe mit euch geht es geht auch darum ja dass du dich auch stückweit draußen noch mehr strahlst denn umso mehr du strahlst also du gehst in komplett neue richtung auch in der öffentlichkeit und das wird diese verbindlichkeit und diese neue anfang für dich bescheren so jetzt lass uns noch mal schauen hier was kannst du hier noch verändern auch an deine nervosität was kannst du verändern diese ganze heimlichkeiten und diese ganze blockaden und seine maske und seine risiko und dieses abwegerei so die verletzungen was sollst du hier noch was soll denn noch mal heilen und hier wie lange braucht es noch zeit also bei dir die verletzungen ja vielleicht auch mit dir zu tun dass du das immer wieder verboten hast was sehe ich denn noch hier ja dass du jetzt schon so lange wachtest und das ganze hier von der ferne beobachtest dass das beschert ja auch nur nur schmerzen dabei was sehe ich denn hier generell bei deinem deine zwillingsflamme also er hat angst also risiko ist hier diese liebe dass er diese liebe halt mit dir lebt ja das natürlich ist das ein risiko für nichts gibt es ein garantie was ich jetzt hier sehe er lässt hier auf jeden fall seine maske fallen und er wird dir auf jeden fall ein brief schreiben was sehe ich denn hier noch generell oh der hoffnung kann er noch nicht aufgegeben denn er hat sehnsucht nach dir also nervös macht ihn das dass er das erkannt hat ja und vielleicht auch dich macht das so ein bisschen nervös dass du auch die potenzial diese verbindung erkannt hast und also wenn du dich also so in diesem karussell und aussichtslosigkeit befindest wo du noch nicht wirklich die lösung hierfür gefunden hast dann weißt du auch dass du deine familie familiären themen heilen so dass da helfe ich dir dabei mit meinem coaching programm melde dich dazu an berate ich dich sehr gerne zu diesem thema das sind acht wochen begleitung sei einfach dabei und verändere dein leben nachhaltig so positive gedanken natürlich so auf ziel gerichtet wunderbar und was sehe ich hier die blockade ja ist halt kam ich also das muss jetzt hier noch aufgelöst werden so im heimlichkeit im heimlichen im verborgenen das ist alles aus dem vorleben zeit so was soll eure seele lernen was sind die lektionen eurer seele fragen wir mal ja eine für dich bitte und eine für dein zwillingsflammen zwillingsflamme wow hast du das gesehen hu 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 wo sollt ihr genau noch mal hinschauen ja was euch verbindet ist der wandel ja ich versetze ich verstehe dass sich ohne bewegung nichts entwickeln oder wachsen kann also das verbindet euch beide also dass ihr diesen zwillingsflammenprozess also zwillingsflammenprozess auch nur so voranbringt indem ihr mit in den wandel geht so für dich ist wirklich die lektion deine seele die gesundheit ich achte dieses körperliche gefäß als das heiligtum meine seele wie du siehst also seelische seelisches gefühl wie es deine seele geht da sollst du wirklich darauf achten und deinen zwillingsflammen geht es darum also wenn er das gefühl hat dass er scheitert oder gescheitert ist vielleicht hat er sich zurückgewiesen vielleicht hat er auch noch eine andere partnerin vielleicht auch eine lernpartnerin oder karmische lernpartnerin also auf jeden fall dass er das erkennt scheitern ich verstehe dass fehler chancen sind etwas zu lernen und das ist doch also unglaublich positiv ja und ich ziehe jetzt eine karte aus dem herz orakel hier für dich und für deinen deine zwillingsflamme oh gott schau dir da wow es stehen wunder an ja also in deine beziehung steht eine veränderung an das verbindet euch und die karten also die sprangen wirklich so hast du ja auch gesehen also ist ja wahnsinn also für dich du hast hier vielleicht auch dir auszeit genommen zeit des nachdenkens gesteht euch noch ein wenig bedenkt und das vertrauen um etwas verändern zu können muss man zuerst akzeptieren vielleicht bist du auch mit deinem loslass prozess schon wesentlich weiter gekommen und bei deinem zwillingsflamme hast du die antwort ja ausgelöst und ja hast du ausgelöst bei ihm dass er sagt folge der stimme deines herzens wenn du aus dieser welt gehst kannst du nichts mitnehmen nur deine seele und seelen erkennen sich immer nur mit dem blick ins auge ich hoffe das hat dir gefallen du hast sie hier wieder gefunden wenn das der fall war liken kommentieren teilen abonnieren und das nächste mal auch wieder einschalten ich sage danke und bis bald bis bald